Die Teilnahme aller Menschen am sozialen Leben setzt einen funktionsfähigen Nahverkehr voraus. Wir wollen daher, dass alle Stadtteile mit dem ÖPNV angebunden werden, dass wir die Taktzeiten verdichten, ein kostenloses Schülerticket eingeführt wird, ein Familienticket ist sehr hilfreich und der Straßenbahnausbau muss vorangetrieben werden. Die Linke kämpft für ein Braunschweig, in dem alle Schüler und Schülerinnen kostenlos mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren können.